Hallo Leute, jetzt sieht der Laun aus, mit Let's Play. Was weißt du nicht? Was zum Junk? Ja, da haben wir da bis jetzt schon. Man, der sieht cool aus. Du denkst, du schmeckst sowas noch weg? Ja, Top-Stick kann mir immer noch was brauchen. Ja, die sind fast die Kamera. Ne, das macht weniger, verstehe. Aber Tönig können wir uns eigentlich nicht mehr holen. Was brauchen wir überhaupt? Ähm, egal. Hi Leute, ich bin der Laun von Let's Play. Da war ich so ein Trader, falls ich das nicht fertig gesagt habe. Und was machte das jetzt? Traction. Nehmen wir mal Acceleration. Das macht's nicht schnell. Da muss man jetzt mal den Kühler. Zu teuer. Schade. Traction. Na, hab ich auch nicht genügend Geld für... Vielleicht noch was für Turning? Na, klar. Schade. 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 Dann müssen wir wohl leider jetzt. Der ist schon stark. Du würd' ich nicht sagen. Weil wir haben mehr leider jetzt nichts. Was ist das denn für ein komisches Fisch? Ich hab mir das schon mal. Hm, naja. Ja. Ich bin jetzt mal wieder mit Komponcator. Ja, schön. Ah, ich erinnere mich. Das war das. Jaaa, obwohl ich das ganze hier gerade für mich unterbeschüttelte. Mal kurz, vielleicht sagt schon, dann käme ich nicht mehr hoch, aber scheint geht das doch noch gut. Irgendwo erkenne ich das noch. Hatten wir exakt diese Strecke schonmal oder war das eine andere? Ne, war wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich wurde eben bis vor mir Karten nicht gesehen im Hintergrund gelaufen. Ich glaube, das habe ich mir später mal mit ein paar Freunden in der Schule angeguckt. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade anfahre, aber anscheinend fahre ich in die richtige Richtung. So, das würde mir jetzt angebrecht werden. Du fährst falsch. Ne, gut. Waaah, wollte ich abführen zu wollen. Waaah. Okay, es brach. Ich denke, das kann ich auch so halten, weil das schafft ja auch gar keine Parten, vielleicht nicht sonst. Das lade ich nochmal neu, weil ich dann noch schneller um die Kurve fahren kann und dann kann ich da noch schneller um die Kurve fahren und dann kann ich gleich nochmal schön auf der Kurve fahren und nicht gegen schmettern. Ich denke, das wäre für alle das Beste. Jetzt habe ich ein bisschen Geschwindigkeit verloren. Jetzt können wir auch mal hier lang fahren. Chains. So, ja. Vielleicht können wir wieder so digital wegziehen. Nein. Nix gibt's. So. Fahren wir mal durch den Tunnel diesmal. Boah. Der Tunnel scheint mir auch sehr gut zu sein. Boah. In der Luft abgekratzt. Fällt doch nicht. Wo soll es denn da bitte gegangen sein? Da fällt keine Technologie, ich kann nicht sehen. Na egal. Bei diesem Spiel geht alles. Wenn man nur genügend Motivation dazu hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, das schaffe ich auf Platz 1. Das wird schön. das wäre schön, wenn ich das schaffe. Ah, das mache ich nochmal, weil was? 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 Nein. Ich habe nur einen blöden Sprecherstoff ausgewählt. Ich habe nur einen blöden Sprecherstoff ausgewählt. Da muss man perfekt in die Kurve kommen. Ich versuch das mal. Ich versuch das mal. Ich versuch das mal. Ich versuch das nicht. Ich versuch das nicht. Ich versuch das nicht perfekt in die Kurve kommen. Warum weiß ich nicht. Wobei ich das drauf habe wahrscheinlich. Aber dieser Part scheint relativ motiviert zu werden. Weil die letzten Parten da bin ich jetzt ziemlich verzweifelt eigentlich. An meiner eigenen Schlechtlichkeit hauptsächlich aber auch Atmosphäre. Weil es einfach viel ist, weil die anderen nicht stärken. Naja. Gut, jetzt wird das auch mal wieder was Schlechtes hier. Na, kann ich es noch schaffen? Na, ist mir zu knapp eigentlich. Mach ich mal wieder den ultimativen Master-Tunnel. Nicht aufpassen, damit ich rechts bleibe. Boah! Besser so rechts als anders rechts. Boah! Nein! Nein, Moment mal, das geht doch noch! Ähm, und, und, und. Yeah! Abkürzung! Haha! Genial! Hier, ich kann! Das ist mir jetzt auch egal, dass ich da jetzt gerade abgekratzt bin, weil... meine Pit-Droids, die bauen das schnell wieder zusammen und dann bin ich gleich wieder im Ziel. Yeah! Mit Abstand, ja, das würde ich mal sagen. Mit Abstand! Hm. Super! Und wir kriegen einen neuen Pot, würde ich sagen. Wissen wir nicht? Cool. Von wem war das? Ach so, das war von... Ne. So, Sebulva ist da der Beste. Habe ich noch nicht den Pot von Sebulva? Äh, habe ich den schon, meine ich? Moment! Ich glaube nicht, dass ich Sebulva's Pot schon hab. Ich hab die alle... Ich hab nicht Sebulva. Ich hab nur Click-Code fest noch. Ach, scheiß doch doch! Ähm... Gut. Den müssen wir dann als nächstes machen. Das Ende geht sogar erst der Cool. Oh, ne le de best part you find here in my shop, eh? Scheiß-Shop! Ich hab die Leute in Junkyard. Das ist sowieso alles billiger. So. Topspie, das ist doch nicht so. Ja, komm, auf den Schroppler kann doch nicht so wohl drei Sachen liegen. Wura! Scheiß-Penner, ey. Kann's nicht. Okay, ich sollte vielleicht mal meine Strategie ändern, und nicht immer nur die Feinde quasi beleidigen. Das können wir uns leisten, weil das... Das ist ja nicht so schwierig. Das ist schon mal mehr Cooling. Wollten vielleicht mal ein bisschen Air-Break. So. Obwohl, das kostet genauso viel wie das, die wir wollen haben, ne? Sonst weiß es... Naja, das ist schon ein bisschen kaputt eigentlich, deswegen... Ach, scheiß auf die Mark 3 Air-Break. Ich finde diesen Part hab ich gut überstanden. Und deswegen... Was ist das? You gonna lose unless you don't buy. Why they don't buy. Still trade out. Obwohl trade... In diesem Fall trade. Ich will sich, äh, traden. Follow someone Baldchinske. Anna Piota, mía tf Du mit 6.000 stolen? Which of course includes this with a sci-連 carrying gas them on. I'll try... So, as I said... I may never say to a Mac. weil haben wir ultimative Maß der Geschwindigkeit gibt es noch irgendwas zu kaufen mit Acceleration? Nothra ich nicht ich würde sagen, dann mache ich mal einen nächsten Part mit einem Spannungspart wo ich nämlich dann mal einfach nur mal ein paar de ersten Sachen hier mache das vielleicht auch, aber ich würde eher sagen, das bunt der Training-Kurs weil es ist ja nur ja so ein Training halt von daher, schau bis zum nächsten Mal euer Landspartner und dann werde ich erstmal nochmal retexen oder was auch gut wäre, wenn wir das hier vielleicht mal wieder probieren weil die zwischendurch sind wieder besser obwohl ich würde sagen, das mag ich auch screen-die mag ich nicht so gelachen lieber erstmal so einen entspannenden dann schau bis zum nächsten Mal euer Landspartner